Moin moin und hallo und recht herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Server 3 Ja, mit meiner Wenigkeit dem Benni Der 2 ist der Schulz Moin moin Der Dominik Moin moin Yeaaaay Yeaaaay Stoßt mir jetzt der Rekopier Yeaaaay Genau, also ich zeig euch erstmal meine neue Wohnung Wir müssen erstmal sagen Wir zeigen euch jetzt erstmal all das, was sich verändert und wir fangen an bei Bennys Wollte ich generell gerade noch dazu sagen Achso Aber du hast mir grad die Worte aus dem Mund genommen, also raus 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 Dominik, raus Halt die Richtung, raus Scheiße Aaaaah Dominik Aaaaah Eeeeh Halt zu Ich will nicht Hehehehe Ehm Hier komm ich alle hier raus Ne, da hinten ist die Tür Hier ist die Tür Hier ist die Tür Eeeh Warte Da ist die Tür Mach mal falsch lang, ne? Jetzt raus Hast du alles hatten? Ja Bann ihr Aula Genau Also Durch das Jagen jetzt habt ihr schon ein bisschen was gesehen Erstmal hier mein kleiner Flur Mit einem kleinen Banner Also wir haben schon mal ein bisschen die Karte ausgeweitet Hier oben seht ihr gerade hat Herr Schulz schon mal ein bisschen Ja Abgeerntet Runtergerollt 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 Abgeerntet Junge das waren 3 Milliarden Brecker, Alter mein Finger der ist der 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 tot geklickt Hehehehe Das geile ist, Schulz hat das perfekte versteckt Hehehehe Also die Karte dann nix Bam 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 Gjaaus 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 Was hält das jetzt der Mann Diese Rüstung, Kusch-Gang, tsch! Genau, also hier haben wir erstmal meinen anderen Kleidungsraum noch. Erst meine Rüstung! Der baut mir meine Rüstungen hier fast ab. Genau, also das ist die relativ ganze noch. Und das ist die fast kaputte Rüstung. Der Rest ist einfach grad irgendwie zusammengeschuscht von dem Zweck, was ich alles bekommen hab irgendwie. Lass meine Blöcke da wo sie sind! Ja, ein kleines Lager habe ich hier noch. Könnt ihr mal bitte aufhören? Oh Gott! Das ist ein Tüner, Alter! Raus! Also hier haben wir mal eine kleine Küche. Klein aber fein, mit einem kleinen Fenster. Doppeln! Fleisch! Oven! Hier ist noch mehr Fleisch. Genau, also es ist klein aber fein. Ich habe alles drin, was ich brauche. Oh! Mein altes Haus steht da noch. OVL think? Oh! Ey! Ich häng hier fest! BENDI Maintenance! Prozent geil Spaß da drinnen das ist die Kinds-Abbau und neue Koalitions Mara und ab nach Hause also ich will da hat sich noch nicht viel verändert das wollen wir ja als dort und aber es ist noch nicht leer dementsprechend können wir nicht nutzen hier ist das wie ein Gefängnis hier drinnen ähm Benni ja ich glaube wir uns wichtig finden könnt ihr mal wieder alle aus meinem Haus raus ich stecke in dein Haus fest Benni wird dran vorweigelaufen mein Dominik raus jetzt los geil dein Haus ist echt gut zu verstecken spielen genau also mein altes Haus steht zwar noch ja aber es ist noch leer es sind eigentlich nur noch die Türen das Weizen aber ich habe alles hier rausgenommen alles aus hier oben das Fass das ist noch hier ein paar Kekse ein paar Kartoffeln ein bisschen Brot und hier ist noch ein Verkauf ja es ist auch leer hier mittlerweile wer hat mir das Weizen abgeerntet ähm ähm sag ich mal Schulz hier ist mittlerweile wirklich leer mein Haus habt ihr mich die Tür hier hinten zugemacht? nö also einer Farm jetzt her hat sich nichts verändert hab ihr das habt ihr sehen dass wir Karotten haben? ja außer dass wir jetzt Karotten haben Verzauberungsfelschen nur Verzauberungsfelschen so der Dominik ist auch langsam umgezogen ähm ja aber erst das Haus ist noch aber und es ist nur eingerichtet ähm ja genau jetzt vom Schutzeshaus genau also einmal mir folgt wenn heute reisen ne kommt man ja in Richtung dann kann man das ja gleich mit dem verbinden ist ja wie meinst du ich wollte das mit dem Gratishaus zeigen das ist länger runter ist aber ok ja dann wird zeigen ok also als allererste zeigen wir erstmal wir haben kleines Problemchen und zwar fängt das Problem hier an und zwar ich sag jetzt einfach mal nicht wir sagen alle nicht wir laufen jetzt einfach hier mal komplett rum hier ähm ja also derjenige der was auffällt der kriegt erstmal 100 Euro von uns äh Papa ähm ja hier hinten in der Ecke ja 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 ich würde mal sagen wir haben ein übergroßes Villager Problem ein bisschen ein übelgroßes ich würde erst sagen ein XXXXXXXXXL großes das ist also Herr Bussauer war bis jetzt noch nicht weiter drauf ne ich muss dazu sagen die Villager haben sie von alleine vermehrt genau so dann seht ihr eben halt ich habe hier die letzten drei Tage welche die ich gesagt habe die abgerodet abgeheult ach keine Ahnung noch alles hat weil gerade mein Finger ist blau ich habe hier noch einen Zaun gesetzt und äh noch Laternen gesetzt wie ihr seht das ist jetzt hier ja ich hab das extra ich hab hier noch keinen lassen ähm ja das ist ja mein neues Haus Klingelingeling also ich weiß nicht ob es bis jetzt fertig neulich gar nichts aber man kann es zeigen ok Klingelingelingeling der bewegt sein Abschi rein so genau also er hat schon so eine große Karte genau hier vorne ist so Wohnzimmer ach nicht Wohnzimmer ist so Flurbereich Eingangsbereich hab hier Eingänge und fand ich ganz cool ich bin zu fertig muss man nehmen jetzt mal mit Hopenholz und Eichenholz und auch immer noch für Holz ich bin zu fett Schulz ich bin zu fett ich pass nicht durch dann nimm ab du Hund so dann gehen wir hier oben haben wir dann einmal einen Küchenabschnitt dann haben wir hier einen Kartentisch und hier das Schlagzimmer und hier ist der zweite Küchenabschnitt hier hat der liebe Penny mir natürlich wieder diesen Ofen gebaut dann gibt es noch eine dritte Etage hier oben das ist mein persönlicher Aussichtspunkt wo Benni immer noch nicht meine Fernseher gerät hat der Hund genau hier hat man ja jetzt sieht man mal auch also die Leute die sich vielleicht noch an die letzte Folge erinnern können ich habe vieles weggerollt Benni zeigt das mal richtig aber die siebte 3 gucken also da ist schon vieles weg so dann können wir mal runter in meinen Keller gehen da gibt es auch schon ein paar Sachen jetzt bin ich draußen Lass du mich rein Lass du mich rein gehen wir mal hier runter mal in meinen Kölnern gehen ja man ihn habe ich gerade platziert alter und dann ist hier unten ich noch bauen hier kommt auch noch ein bisschen was hin versuch ein weiterer geheimgang aber den verraten auf youtube nicht dann kommt hier will ich noch automatischen rufen haben und ein mann kann also ich habe hier noch mal weißt du noch vielleicht eventuell wo das herkommt ja wahrscheinlich dass man verkauft da hast du recht mann ich wollte mann lassen so und das war es auch zu seinem haus hier sein 9 ganz scharfen sieht groß aus von innen naja man muss sagen ja ja ich wollte nur sagen man kann auch also man kann auch komplett herumlaufen wenn man das in genau also ich habe hier noch ein bisschen umgebaut da wird zu viele eier hatten habe ich hier unten noch angefangen also wir haben es plus hopper gerechnet alle kisten voll kurz nichts zu machen bitte ja die kiste ist auch schon jahr halb voll hier mit eiern aber es funktioniert alles ist übrigens sehr laut ja also hier hinten ist jetzt auch alles ausgeleuchtet also das ist bis jetzt die technik hier hinten es ist noch nicht viel technik ach du scheiße hier fliegt mein halber grunter ja hier ist auch eine leiter wo man hier dahinter gucken kann alles volle mit eiern hier unten das hat alles nur stolz gebrüht genau die glock die da unten ist hier unten die glock die reagiert auch darauf wenn jetzt die lore irgendwas drinne hat das unten um die feier ja hier nicht auf warum leckt gerade so sehr weil das ist normal man gewöhnt sich daran bei mir ist alles für sich ich habe recht jetzt nicht haben ein probleme gerade ich aber hoch und so gut so jetzt gehen wir erst mal wieder tüten sami sami alter und überflutest jetzt auch noch das schreckt nach einem monat dran vielleicht abgerissen heute hier bernie nein ja ich werde da hat er gebaut aber du schuld das krieg ich ganz schnell hin mit dem abreißen oh ne genau so wir haben wir am halb stecken genau aber das hat der domenik bis jetzt gebaut absolut hässlich wie ich finde so ist ja noch gar nichts drin aus ein paar rüstungsstände am palz ja ihr habt ihr ja keine zeit gegeben du hattest genug zeit nein außer vier türen also hier ist noch nichts drinnen am oben also praktisch auf der ersten etage wo auch die erde und so ist kommt wahrscheinlich das ist nicht besonders schlau was du mit den kisten gemacht hast warum weil man die nicht öffnen kann die 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 man kann von turm zu turm springen alles ich das habe ich ja extra gemacht achso 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 das glaube ich nicht weil du die ganze zeit afkar warst und dir irgendwelche pornovideos eingezogen hat was ist das für eine logik hier mit dem ja dass man schnell zu rüberkommt ja ich bin halt manchmal zu faul also so wie immer wie immer genau schulz darf ich bei dir übernachten nein doch müssen wir uns bestellen so ist darüber die übernachten ok weil du es bist da passt er oder der rückstoß auf den schwertiger ob anders abschlechter mein schwert hat mittlerweile verbrennung 1 rückschuss zwei bahn 1 schwungkraft 1 haltbarkeit 1 2 oder gar nicht dass in der menschen der weile brennen können ja die können brennen ahja das ist normal ahja das ist das ist mein Name ist gestorben ja und das war erst beim großen und ganzen was neu hier dazugekommen ist schulz ich glaube du wirst verfolgt er ist tot, der hat sich überlebt ich finde es übelst geil wenn sie sind ja das war es erstmal im großen und ganzen zu unserem bisherigen stand mal ein stück weg gegen die will der geworfen sagt ja 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 mein hausein hier kann auch die war wenn hier das hält hier ein schämt sich nicht nein du hast gesagt ein bisschen weiter weg gehen nein also ich hoffe es hat euch bisher gefallen wie weit wir sind ja also wir werden jetzt noch ein bisschen weiter bauen, so ist es jetzt nicht ja 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 liebe grüße vom Chaos-Trip äh Chaos-Trip äh ja ich bin da Uwe ich war auch dabei genau und damit würde ich sagen wenn es euch gefallen hat lasst doch gerne einen Lack da abonniert euch gerne diesen Kanal ja aktiviert die Glocke ja schaut doch gerne bei Instagram vorbei ja damit würde ich sagen zau zau das sind eine Folge nein nein u 不 k die 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 Vielen Dank.